Servus und willkommen bei Level 33 Ja, jetzt sind wir hier Und sterben auch schon Ich spiele es heute erstmal mit dem Controller Deswegen bin ich jetzt gerade etwas unbeholfen Aber ich glaube mit dem Controller geht das leichter Wenn ich es raus habe Ja, bis jetzt läuft es gut Ja, wieder falsch gedrückt Aber das habe ich davor auch schon öfters So Ja, ganz große Klasse Ganz große Klasse Ja, danke fürs Gespräch Ich habe bloß das Problem Na super Dass die Taste nach unten in dem König Roller nicht richtig funktioniert Deswegen muss ich mir bald einen neuen kaufen Leider Aber zum Glück brauche ich die in dem Spiel nicht Obwohl ich mich so dumm anstelle Ach, jetzt komm halt So, Dali Ach, ich muss echt noch ein bisschen raus haben Mit dem Controller Mit dem Steuerkreuz Ah, fast Nicht Steuerkreuz 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 Ja So. Ach. Das kommt mir manchmal so vor, als würde der Controller nicht so reagieren, wie ich das will. Hinzu kommt, dass das Spiel ja eine unglaubliche Hitbox hat, in der Hinsicht. Ach, jetzt haben wir das mal geschafft. Jetzt haben wir das blöd zum Drücken vom Sprungknopf. Hupf. Hupfi, hupf. Ja, ich hasse es. Ach, komm, oder? So. Ha. So. Nein, oder? Ach. Aber ich könnte schwören, ich hatte das Level schon mal geschafft. Bus vergessen. Ach stimmt, da war doch irgendwas mit meinem... Da war irgendwas mit der Aufnahme nicht in Ordnung. So. Das geschafft. Nein, stimmt. Beim letzten Mal bin ich an dem läppischen Ende gescheitert. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es geschafft, Leute. Endlich. Äh, halt X. Oh, fast den Falschen aufgedrückt. Yeah. Ja. 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 Ich warms테in. Okay. Bis zum nächsten Mal.